So und damit herzlich willkommen zurück bei Hearthstone Cursor of Naxxramas. Letztes Mal haben wir gegen Fairlina gewonnen. Und jetzt versuchen wir unser Glück bei Maexner, einer riesigen Spinne. Schauen wir mal, was die so kann. Wir sollen da mit unserem Deck so weiterkommen. Für Fairlina mussten wir uns da extra umstellen. Okay, ich weiß nicht was sie spielt. Noch mal eine weg. Was hatten sie denn? Oh, turn random in die... ... enemy... ... enemy... Ah toll. ... ... ... ... ... ... Okay, I'll be just like you! Me? Okay. What have we got? Okay. Okay, that's not bad. Me? Me? Oh? Bad. We must cleanse the Sunwell. Ahhhh. Ahhhh. Okay. I'd have to count a few. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. But... I can't see. I can't... I'm going to be just like you! Oh! 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 Das war's für heute. Es ist ein... ...Till... ...eine Tiga-Saison. Tazdingo! Ja! Nein, Mann! Okay! Yes! Wohoo! Erste Bühne geschickt! Oh, jetzt haben wir diese Eier auch! auch gekriegt, sehr schön ich merke es nach selber klasse challenge für dummide und zirke und der helvon ist schon nur los klasse challenge werden wir uns gleich mal angucken auf jeden fall danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal